Mama weiter. Mach nichts. Komm, mach nochmal. Leon, Achtung! Warum kommt ja das nur wie die Spitze des Eishaldes vor? So. Wieso? Ah, lass die Leute ein hoch. Immer diese Verlästigung. Was ist denn mit dem? Ja. Komm, freid mich hier an. Du Judo. Jetzt ein Tritt in die Fresse. Ja. So, haben wir hier noch einen? Komm. Junge, Junge, Junge. Los. Jetzt durfte er endlich mal eine Frau bekrapfen und er fällt da hin. Ich helfe Ihnen. Ja, Mai. Geht mir ab, ey. Easy, weh. Oh. Die Hölle auf Erden. Frau Leon, ey. Das geht ab. Das ist voll der Glanz leer, ey. Komm. Schnell, verschwenden wir keine Zeit. Das geht ab. 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 Das ist ein Bloodman. Was ist das? was ich mich an wo die so optim Muss doch hierher, ne? Ne, war schon richtig. Das mache ich alles wegen der Medaillen, die wir immer bekommen am Ende des Kapitels. Da muss man verschiedene Aktionen machen. So. Um dann diese Medaillen freizukalten. Jetzt halten sie. Sobald wir hier mal eine reinwerfen. Gut. Eine Dealpanel. Irgendwann ist das jetzt schon. Ja, Leon. Geht jetzt gleich. Die Helene, die verdammt stark, ey. Geht abgeschmetzt, Katze, ey. Eine tödliche Mundspur, ey. Hey, jetzt aber. Nein! Komm, springen die. Ja, naja, wie die ist. Nein! Nein! Ich hab' es nicht gesehen. Das kommt ja mit Fumilitäten her. Ja, eigentlich könnte man auch durch rennen, aber warum? Ein paar Fertigkeitspunkte nur einsammeln, paar Zombies killen. Hey, der hat die Axt wieder. Ich will noch ein bisschen üben, diesen Konter-Move fliegen im Söldner-Modus, das ist gar nicht sehr wichtig. Aber hier auf der PS4 klappt das immer besser, finde ich, als auf der PS3. So, jetzt gehen wir hoch. Schön. Komm, Mion. Kack an. Er ist nicht hältig. Der Alarm wird sie noch alle zu uns ziehen. Nur wenn wir hier waren. Los! Komm, hier noch ein paar Zähne, ne? So, jetzt kommt hier die eine Zähne mit dem Krankenwagen, ne? Also man darf nicht so... War das jetzt hier? Da ist er. Und? Da gehen wir wohl nicht lang. Na? Komm. Hey! Okay! Ich glaube hier ist noch wieder so ein Schlangen-Emblem. Wenn wir mal die Augen aufhalten. So, wenn wir rauskriegen links. Vielleicht können wir sogar kurz verschnaufen. Ich habe gesagt, wir müssen uns beeilen. Komm, eine runde Poolbilder. Komm. Scheiß auf die Zombies. So, wir müssen uns beeilen. Das ist ganz schön herrisch, die Rolle. So. Äh! Krieg's den Abstand in der Kennelung gedrückt, so. Ja, wir holen erstmal die Waffe hin. ach wie viel andere würde ich sagen geh rin das Wunsch der Nevi verschwand am 26. Dias Monats um 23.27 vor seinem Verschwinden konnte jedoch noch ein letzter Fuchsbruch empfangen werden komm ich hier sitzen Neo-Umbrella komm das Wunsch der Nevi verschwand am 26. Dias Monats Alter Mann 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 komm Fuck not. klar kommen sie die schreier der droht kielchen und die hier sind übel was ist das Oh! Fertig, du Idiot! Wir sollten die Schatten holen, oder? Oh! Wo ist Leon? Wie kann man hier rum? Geht mir ab! Halbwann jetzt ein! Ui! Ui! Mach ich selber! Haben wir alle? Ja! Ein bisschen Muni einsammeln Komm mal, verkissen wir uns hier! Okay! Verschlossen! Von der anderen Seite könnten wir sie öffnen! Meinen Sie, Leon bringt sie da irgendwie rüber? Oh! 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 Oh!